Ja, also eigentlich hat meine ganze Familie Handball gespielt und dann habe ich das irgendwann auch mal ausprobiert. Ich bin seit zwei Jahren bei der HSG und spiele halbrechts und außenrechts. Mein handballerisches Vorbild, würde ich sagen, ist Holger Landorf. Ich spiele einmal in der männlichen A-Jugend und in der männlichen B-Jugend. Mit der HSG noch ein bisschen erfolgreich in der Oberliga mit der A-Jugend spielen und mit der B-Jugend in der Landesliga auch noch versuchen. relativ erfolgreich zu sein. Dass in jeder Mannschaft, in der man neu ist, man sofort gut aufgenommen wird. MT4 Ohndorf MT4 Ohndorf MT4 Ohndorf MT4 Ohndorf MT4 Ohndorf